Sanborn Wir haben einen schönen Tisch für Sie. Sehen Sie mich an. Ich bin ausgesprochen charmant. Ich sehe wirklich verboten gut aus. Auf was läuft so ein Leben jenseits der Norm hinaus? Auf den Verzicht auf aufgewärmte Reste und Heiligabend? Wahrscheinlich hat es mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Machen Sie sich bitte frei. Ladies first. Wouldn't you like to have fun, 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 how's it about me? Laughs, laughs, I can show you a good time. Mom, das ist mein Freund Harry. Schatz, hat Harry vielleicht einen Bademantel? Waren Sie mal verheiratet, Harry? Nein, nein, war ich nicht. Harry war mal mit Diane Sawyer verlobt. Die finde ich toll. Ich bin beeindruckt. Ja, Frauen in Ihrem Alter lieben das an mir. Wir haben Hochsommer. Warum tragen Sie Rollkragen? Ich bin der klassische Rollkragentyp. Wird Ihnen denn nie heiß? Nein. Überhaupt nicht? Nicht in letzter Zeit. Ihnen müssen die Männer doch zu Füßen liegen. Nein, nein, Männer in meinem Alter sind... Männer in Ihrem Alter sind oft ziemlich dumm, finden Sie nicht? Ja, das ist wahr. Wie recht Sie haben. Wenn an irresistible force such as you meet an old immovable object like me... Oh Gott. Oh, das tut mir leid. Oh Gott, tut mir das leid. Was das Herz begehrt. Ein Film von Nancy Meyers. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Frau in dem Alter nackt gesehen. Ist das Ihr Ernst? Hey, es kann doch nicht jeder Arzt werden, mein Bester. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Frau in Alter.